Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video aus der 22. Arena-Saison. Wir sind heute mit dem britischen Premium-Kreuzer auf Stufe 6 der Tiger 59 unterwegs. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns kurz an, welche Module und Kapitänskillung ich nutze. Ich nutze Zielsystem Mod 1 als zweites Steuergetriebe Mod 2 und zu guter Letzt Tarnsystem Mod 1. Und als Kapitän nutze ich den Bruce Fraser mit der Basisfähigkeit Beeilung und geskillt habe ich Panzerbrecher, bevor es zu spät ist, Durchstoßen fixiert, als legendären Skill unbedingt vollständig verpackt. Wir haben hier wirklich sehr viele starke Verbrauchsmaterialien und bei den Inspirationen den Francesco Mimbelli und den Gunnichi Mikawa und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht mit dabei, der Captain Yoink in der Leningrad und der Tactic Angel mit der Benson. Zwei Zerstörer, ein Kreuzer pro Team. Bei Fiji's und an New York haben wir, was die Kreuzer angeht. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Alle drei Schiffe haben auf jeden Fall auch sehr gute AP und eine Tiger ist natürlich sehr anfällig, was Citadelen angeht, wenn man Breitseite zeigt. Aber speziell gegen Zerstörer ist dieses Schiff auf jeden Fall sehr, sehr stark. Definitiv auch nur ein Schiff, welches für mich für Arena in Frage kommt und dort dann auch eher eine der letzten Möglichkeiten, die ich spiele. Im Standardmodus ist dieses Schiff einfach nicht interessant. Dafür sind die Hauptgeschütze einfach nicht gut genug. Aber im Arena-Modus, wenn man mehr oder weniger provozieren kann, durch eine Division viele Zerstörer in der Runde zu haben. Mit den Verbrauchsmaterialien definitiv sehr, sehr gut. Auch die AP macht natürlich richtig viel Schaden gegen Zerstörer. Es ist aber auch hier in der Arena ein gewisses Risiko dabei. Wir haben nämlich hier kein Sonar. Auch wenn dieses Schiff einfach verdammt geile Verbrauchsmaterialien hat für die Stufe mit Eilung, Nebelwand, Radar. Mega krass. Haben wir halt kein Sonar. Und das kann definitiv gefährlich werden, wenn man dort einmal sich in eine schlechte Position reinbringt. Torpedos kommen. Sieht man diese natürlich nicht rechtzeitig. Von daher 8,5 Kilometer Radarreichweite. Musste ich gerade selber hier nochmal checken. Talga ist jetzt nicht unbedingt ein Schiff, was ich wirklich viel spiele. Das ist meine, ich glaube, allererste Arena-Runde. Und ich habe vielleicht eine Handvoll Standardrunden mit dem Schiff gespielt. Von daher nicht unbedingt ein Schiff, welches ich gerne spiele. Zumindest im Standard. Wie gesagt, Arena sehe ich dort auf jeden Fall Potenzial. So, wir fahren fürs Erste nach vorne. Dort haben wir auf jeden Fall auch schon mal das hellrote Team entdeckt mit der Fiji. Eine der zwei Fiji's, muss man dazu sagen. Wir sind jetzt hier auch aufgeklärt. Das war von der Benson. Wer dreht jetzt hier schon raus? Schöner Treffer hier. Drei, vier Granaten getroffen und schon fast den halben Zerstörer weggeschossen. Hier kommen aber auch schon einen Haufen Torpedos. Dort auch die Yuki-Kase entdeckt. Gut für uns auf jeden Fall, dass die Fiji gerade wegfährt. Und auch auf die Yuki-Kase konnten wir auf jeden Fall einige Treffer landen. Wir haben unser Radar noch gar nicht genutzt. Nochmal schöne Treffer hier. Und jetzt nutze ich hier auch das Radar für die Benson. Wenn es natürlich hier direkt einen Brand bekommen. War jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, dort direkt das Schadensbegrenzungsteam zu nutzen. Falls wir doch ein Torpedo kassieren. Und die Yuki-Kase erwischen wir hier auch noch mit dem Radar. Läuft allerdings jetzt in wenigen Sekunden aus. Oh, okay. Da kommt die Fiji rum. Der Yuki-Kase wieder hier vom Captain Yoink aufgeklärt gewesen. Oder ne, vom Tactic in dem Fall. Und damit sind die ersten zwei Zerstörer draußen. 22.000 Zerstörerschaden. Leider die Fiji dort wirklich unerwartet rumgekommen. Und das tut natürlich dem Tactic jetzt hier auch weh. Können jetzt hier die AP nutzen. Nutzen unseren Nebel, dass wir nicht von der Fiji selber beschossen werden. Weil ein, zwei Seifen von der Fiji können dort schon reichen uns rauszunehmen. Und die Fiji ist draußen. Tactic konnte so gerade überleben. Ist natürlich ungünstig. Dass er dort überrascht wurde und viele Trefferpunkte verloren hat. Sieht aber so aus, als wenn die anderen Teams dort auf jeden Fall auch im Kampf sind. Und zumindest haben wir dort einige Nebelwände. Und die schießen auch sich gegenseitig gerade ab. Hier, da haben wir die Benson. vom Dunkelroten Team. Ah, sehr schön. Wir konnten uns hier den Kills necken. Mehr oder weniger von der Seite. Und dadurch, dass die feindlichen Zerstörer auf sich gegenseitig geschossen haben, sind diese auch alle aufgeklärt. Hat Asashio hier allerdings einen guten Job gemacht. Was das Ausweichen angeht. Endlich mal eine Granate hier getroffen. Okay. Auf jeden Fall immer noch einiges an Fighten hier. Wir sehen die ganzen Granaten. Auch ein kleiner Tipp hier auf jeden Fall am Rande. Gerade in der Arena ist es wichtig, auch mal die Minimap, beziehungsweise die große Karte zu öffnen. Um einfach zu analysieren, von welchem Punkt liegen Granaten. Weil das kann man über die große Map sehen. Selbst wenn man beide Teams nicht aufgeklärt hat, sieht man quasi die Herkunft der Granaten. Und wo diese natürlich auch hinfliegen. Und anhand dieser Informationen über die große Karte kann man halt direkt sehen, welches Schiff ist vielleicht an welcher Position. Dort kommen mehr Granaten. Muss ein Schiff sein mit höherer Feuerrater. Vielleicht ein Kreuzer oder sowas. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Tipp. Um dort sich ein paar Vorteile zu schaffen. Ein paar Informationen, die man eigentlich sonst nicht haben könnte. Einfach über die Karte, indem man sie öffnet. Wir schießen jetzt hier ein bisschen auf die York. Fährt hier allerdings wieder rückwärts. Nicht unbedingt die besten Treffer, die wir hier landen. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Schiff, was ich hier gespielt habe. Von daher muss man sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen an den Schussbogen gewöhnen. Wir werden jetzt hier leider auch vom orangenen Team beschossen. Aber ein bisschen Schaden konnten wir der York machen. Das ist schon mal angenehm. Lassen wir uns jetzt hier vielleicht fürs Erste wieder zugehen. Der Käpt'n York ist im A-Punkt drin. Ist jetzt auch umkämpft. Wir möchten natürlich nicht die Basis einnehmen. Aber das ist immer eine gute Möglichkeit, die Gegner vielleicht auch zu locken. Die Benson eröffnet dort das Feuer. Oh, da ist auch die Fiji. Leider jetzt natürlich gerade die Insel hier im Weg. Wir nutzen jetzt hier unser Radar. Benson hat hier kaum noch Trefferpunkte übrig. Geht jetzt hier auch raus. Außerdem erwischen wir auch zusätzlich noch die Asashio mit dem Radar. Und es könnte sogar hier schon unsere Krake werden. Mal gucken. Käpt'n York schießt auch mit drauf. Vielleicht haben wir Glück. Okay, geht jetzt hier nochmal zu. Okay, aber unsere Granaten, die in der Luft waren, treffen noch. Und holen wir uns jetzt hier auch die Krake ab. In Anführungszeichen nur 46.000 Schaden. Davon aber über 30.000 Zerstörerschaden. Was natürlich sehr, sehr viel Erfahrung gibt. Wir müssen jetzt aber versuchen, den Käpt'n Yoink zu helfen. Die Fiji dort sehr aggressiv unterwegs. Winkeln jetzt hier an. Können leider nur den Frontturm nutzen. Ah, die Fiji nimmt mit den Heckturmen den Taktik raus. Okay. Und Käpt'n Yoink geht hier einfach mal für den Ram. Damit. Ausch, verdammt. Wir bleiben hier ungünstig an der Insel hängen. Ich hoffe, wir versuchen hier gerade rückwärts zu fahren. Ihr seht's rechts. Aber unser Schiff bewegt sich hier kein Stück nach hinten. Und die York beschießt uns hier gerade. Das ist natürlich eine ungünstige Situation. Gerade weil wir jetzt hier 1 gegen 2 noch sind gegen die feindliche York. Kann man manchmal ein bisschen zur Seite lenken. Ah, ich... Ah, okay. Wir versuchen uns jetzt hier von der Inselkante wegzudrücken. Und ich glaube, es gelingt uns hier auch natürlich bitter. Ein bisschen unnötig Schaden, was wir jetzt hier kassiert haben von der York. Weil wir einfach bewegungsunfähig waren. Und der befreundete Zerstörer ist dort auch im A-Punkt drin. Wir haben allerdings noch alle 3 Heilungen. Okay. Wir nutzen jetzt hier die erste Heilung. Wir müssen halt sehr, sehr aufpassen. Genau deswegen. Torpedos. Okay, das waren beide 2 Torpedofächer. Und da es eine Benson ist. Benson hat ja eine relativ schlechte Nachladezeit. Ist jetzt vielleicht mit unsere beste Chance nach vorne zu fahren, um den Zerstörer zu überraschen. Gerade haben wir auch wieder in knapp 10 Sekunden einsatzbereit. Ich hoffe, dass die York noch hinter der Insel ist. Oh, okay. York ist mittlerweile nicht mehr hinter der Insel. Das ist unangenehm. Wir gehen jetzt hier mehr oder weniger in den Nahkampf. Und eine krasse Salve mit der AP von der York könnte hier genug sein, um uns hier Zitadellen zu machen. Oh, konnten hier auf jeden Fall auch eine Zitadelle selber machen. Und nutzen jetzt hier auch noch unser Radar für den Zerstörer. Die Benson hat auch nicht mehr so viele Trefferpunkte. Versucht dort noch abzuhauen. Okay, nochmal Torpedos hier. Vermutlich von der York. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber die Benson geht auch raus und unser siebter Kill in der Runde sehr, sehr geil. 65.000 Schaden wurden das in der Runde. Klingt erstmal wirklich nicht viel. Aber da war richtig, richtig viel Zerstörerschaden dabei. Wir haben nämlich alle sechs feindlichen Zerstörer in der Runde versenkt. Und 108 Zieltreffer mit der Hopp-Batterie. Vier Schiffe aufgeklärt. Ein Ausfall. Sieben Schiffe zerstört. Also sechs Zerstörer plus die York am Ende. Zwei Zitadellen gab es. Einmal verteidigt. Dennoch Unterstützer. Erstes Blut. Großkaliber. Und die Krake. Schauen wir uns natürlich auch das Teamergebnis an. Schöne Runde hier auf jeden Fall. 4.500. Basis-EP. Dafür, dass wir sechs Zerstörer versenkt haben, ist es gar nicht so viel Basis-EP. Lag ein bisschen daran, dass fast jeder Zerstörer schon irgendwie angeschlagen war. Selten haben wir wirklich fast 100% von den Schaden an einen Zerstörer gemacht. Da hatten wir auf jeden Fall auch Guthilfe vom Captain Yoink und vom Taktik. Und ja, auch das Charlie-Team dort auf jeden Fall die Benson und die Fiji wacker geschlagen. So Leute, das soll es auch mit dem heutigen Video aus der 22. Arena-Saison gewesen sein. Mit der Tiger 59. Ein Schiff, was ich persönlich als schlecht empfinde. Zumindest wenn man dort auf den Standard-Modus guckt. Ich würde dieses Schiff nicht wirklich im engeren Kreis, nicht mehr annähernd zur Auswahl stellen, wenn ich dort ein Stufe 6 Kreuzer spielen würde. Aber das ist natürlich das Schöne am Arena-Modus. Dort können auf jeden Fall auch Schiffe, die vielleicht im Standard-Modus nicht so gut sind, wie die Tiger, auf jeden Fall brillieren. Und gerade gegen Zerstörer ist dieses Schiff auf jeden Fall eine Waffe. Das kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ne Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.